Lucy hat Schiss. Also von der, der ich das gar nicht erwartet habe, die tobt hier schon mit den anderen und unsere Großschnauze Lucy, die macht hier einen Obermacker, aber kann ich schnell genug in die Tasche kriegen. Das war meine Kniescheibe. Lucy, du machst dich voll lächerlich. Guck mal, wie schön die da spielt. Geh mal auch spielen. Geh mal, wie schön die da spielt. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal.